Heute auf dem Podium ein bisschen dezimierte Besetzung. Florian Kohfeldt fehlt auch heute leider. Hintergrund ist, dass er sich zu Hause eine Fußverletzung zugezogen hat und aufgrund dieser Fußverletzung kann er, weil er nicht auftreten kann, nicht coachen und deswegen auch nicht hier sein, aber er wird die Mannschaft nach Düsseldorf begleiten und auch am Samstag auf der Bank sitzen. Es ist so, dass Florian richtig Schmerzen hat, nicht auftreten kann und letztendlich auch wirklich Bettruhe verordnet bekommen hat und natürlich jetzt auch untersucht wurde, behandelt wird und wir hoffen, dass er morgen beim Training schon dabei sein kann, aber er wird auf alle Fälle morgen Abend bei der Mannschaft im Hotel sein, wird dann auch die Gegneranalyse wie vor jedem Spiel Freitagabends durchführen können und am Samstag auch im Stadion dabei sein, auf der Bank sitzen, vielleicht wirklich ein bisschen mehr sitzen, als man das ansonsten gewohnt ist und ansonsten kann man dazu nur sagen, dass wir grundsätzlich für die Trainingseinheiten gestern, aber auch heute sehr, sehr gut aufgestellt sind im Trainerteam, das sehr, sehr breit aufgestellt ist mit drei Co-Trainern, zwei langjährige und einen angehenden Fußballlehrer und dort ist natürlich alles abgestimmt, die Inhalte der Trainingseinheiten sind natürlich mit Florian wie immer abgestimmt, das Trainerteam ist ja grundsätzlich in allen Bereichen bei Florian auch immer involviert und insofern ist das, denke ich, überhaupt kein Problem. Ansonsten hat sich Florian natürlich die Trainingszeit gestern eben auch auf Video komplett angeschaut, hat sich natürlich vielleicht noch intensiver Zeit gehabt, sich mit Düsseldorf zu beschäftigen. Wir haben die Matchplan-Sitzung, die normalerweise hier in den Besprechungsräumen stattfinden, heute Vormittag in das Wohnzimmer von Flo verlegt, also auch da war er vor Ort, ist somit eben in alle Ideen Richtung Wochenende natürlich komplett eingebunden gewesen. Dort hat der Austausch wie immer auch stattgefunden, also Mannschaft wird sehr, sehr gut vorbereitet in das Spiel am Samstag gehen. Das ist mein Verständnis-Matchplan-Sitzung ins Wohnzimmer verlegt. Heißt das jetzt einfach Videokonferenz oder sind die Spieler alle zieht ins Wohnzimmer? Nein, also die Matchplan-Besprechung, die hauptsächliche findet natürlich im Trainerteam statt mit Mario Baratsch als Analysten, deswegen war nicht die komplette Mannschaft. So groß ist das Wohnzimmer von Flo dann doch nicht. Draußen am Stadion steht dran Wiedergutmachung an einem großen Poster. Würden Sie sagen, ist das die Überschrift für die Rückrunde und wie wichtig ist dabei dieses erste Spiel jetzt in Düsseldorf? Ich glaube genau Werder-Gutmachung, also ein kleines Wortspielchen, das sich unsere Marketing-Abteilung hat einfallen lassen. Aber grundsätzlich ist das natürlich schon so, dass wir einiges gut zu machen haben in der Rückrunde, dass wir mit der Hinrunde natürlich nicht zufrieden sein können und dass wir natürlich ein ganz anderes Gesicht zeigen müssen, um den Klassenhalt zu schaffen. Ich bin nach wie vor natürlich auch wie die Mehrheit der Werder-Fans nach wie vor optimistisch und zuversichtlich, dass wir dann auch einen Platz erreichen, der uns in der Klasse hält und ich denke, es wird trotzdem ein sehr, sehr harter, schwieriger Weg und natürlich ist das Spiel gegen die Fortuna jetzt am Samstag ein wichtiges Spiel gegen den direkten Konkurrenten. Trotzdem haben wir 17 Spiele und es wird am Samstag so oder so noch nichts entschieden sein, sondern es wird sehr, sehr lange gehen. Wir müssen sehr viele Punkte holen, um dann auch wirklich gerettet zu sein und erst, wenn wir rechnerisch wirklich dann auch gerettet sind, dann haben wir den Klassenerhalt geschafft und das bedeutet in den nächsten Tagen, Wochen noch sehr, sehr viel Arbeit. Und wir wissen aber auch, dass auch das wurde ja in der Vorbereitung im Trainingslager auch mit der Mannschaft so thematisiert, dass wir auch Rückschläge vielleicht auch wegstecken müssen und da waren die beiden Testspiele mit den frühen Gegentoren jeweils, glaube ich, ein kleiner, guter Test auch gewesen, auch in dieser Richtung. Die Mannschaft hat dort schon sehr, sehr gut darauf reagiert, es ist dort zurückgekommen und auch das macht mich optimistisch, dass wir in den nächsten Wochen wieder besseren und erfolgreichen Fußball spielen. Wie sieht es denn gesundheitlich bei den Spielern aus? Ludwig Augustinsson sollte ja gestern eigentlich wieder mit dem Team trainieren, war dann nicht zu erkennen. Kannst du da ein personelles Update geben für Düsseldorf? Ja, bei Ludwig wird es so sein, dass er nicht in Düsseldorf dabei sein wird. Da ist es schon so, dass wir einfach ja Vorsicht noch walten lassen müssen und sodass jetzt kein Training in dieser Woche, kein Mannschaftstraining mehr möglich sein wird und sodass dann auch ein Einsatz am Samstag ausgeschlossen ist. Bei den anderen sieht es eigentlich ganz gut aus. Fitness ist ja wieder ins Training zurückgekehrt, ist auf alle Fälle ein Kandidat für den Kader und die anderen Kandidaten, Milos, Pizza und so weiter. Sieht sehr, sehr gut aus. Die werden in Düsseldorf auf alle Fälle dabei sein. Genauso wie Leo, der ja auch gestern dann auch schon zumindest das zweite Training auch absolviert hat, auch ohne Probleme, wird auch am Samstag in Düsseldorf auch dabei sein. Frank, bis auf Vogt gibt es noch keinen weiteren Neuzugang. Was macht den Markt so schwer? Gibt es keine Spieler? Wollen die Spieler nicht nach Bremen? Ist das Geld schlichtweg nicht vorhanden? Ja, also erstmal haben wir ja nie gesagt, dass wir jetzt ganz sicher zwei oder drei Spieler verpflichten werden. Deswegen war wichtig, dass wir Kevin natürlich jetzt bekommen haben, weil wir eben nicht nur eine fußballerische Qualität ja auch dazu holen wollten im Kader, dazu mit Kevin Spieler haben, der eben auch flexibel auch zumindest zwei Positionen spielen kann. Sondern für uns war auch immer wichtig, dass wir ja auch einen Typ dazu bekommen, der vielleicht ja etwas ja unvorangenommen an diese Situation herangeht, der auch als ja Charakter eben auch so eine Situation auch meistern kann, der sich eben auch im Wind stellt, der mutig auftritt, der auch mal, wenn es nicht so läuft im Spiel trotzdem die Bälle fordert. Der Fußballer ist einfach über sehr, sehr große Fähigkeiten auch verfügt, der in den letzten drei Jahren bei Hoffenheim ja ein sehr prägender Spieler auch für für Hoffenheim war und da seine Qualitäten immer wieder unter Beweis gestellt hat. Und deswegen sind wir erstmal froh, dass Kevin da ist und ob dann noch ein weiterer Neuzugang dann auch kommt. Das hat natürlich mit vielen Faktoren zu tun. Das ist natürlich im Winter grundsätzlich etwas schwieriger. Es ist auch so, dass wir finanziell dort natürlich auch sehr, sehr genau hinschauen müssen und auch dort kein unvernünftiges Risiko eingehen wollen. Und dazu kommt noch, dass wir nur etwas tun möchten, wie es bei Kevin eben der Fall war, wenn wir auch wirklich davon überzeugt sind. Was erwartest du denn am Samstag von den Spielern? Was für einen Auftritt nach dem, was sie zuletzt abgeliefert haben? Ja, ich glaube, die drei Spiele vor der Winterpause waren definitiv nicht das Gesicht, was wir zeigen wollen. Die Mannschaft war da ja auch sehr, sehr selbstkritisch. Ich glaube trotzdem, dass man das letztendlich im Gesamtblick eben auch betrachten muss, dass natürlich dort das Selbstvertrauen nicht da war, dass, ja, um dieses Selbstvertrauen wieder zurück zu gewinnen. Einerseits, glaube ich, der Urlaub sehr, sehr wichtig war, dass man ein paar Tage wirklich mal den Kopf frei bekommen hat. Darüber hinaus natürlich auch die Vorbereitung, auch wenn sie nicht komplett glatt lief, so wie wir uns das vorgestellt haben, trotzdem war es eben möglich, dass wir in kleinen Schritten auch wieder selbstbewusster auftreten. Ich glaube, das haben die Trainingseinheiten gezeigt, das haben Testspiele gezeigt. Und dazu, glaube ich, ist nochmal ein neuer Impuls mit Kevin eben auch dazugekommen, der eben auch dieses Selbstvertrauen eben absolut in sich trägt und auch auf dem Platz dokumentiert und, glaube ich, auch nochmal der Mannschaft insgesamt eben auch hilft, mit einem anderen Gesicht dann eben auch aufzutreten. Dass wir natürlich anders spielen müssen, dass wir komplett fokussiert und konzentriert und vollem Engagement in die Spiele gehen müssen, das ist jedem Spieler klar und da mache ich mir auch keine Sorgen.